Hallo? Ja, bin ich hier in Zauhänse? Ja. Grüß Gott, ich habe gelesen, Schizirkus ist in Zauhänse. Ja. Ich bin Clown aus Russland, ich suche einen Job. Ja, das ist nicht wirklich ein Zirkus. Arbeiten. Dani, für mich auch mal. Ja, die Dani? Ja, grüß Gott, ich bin Clown. Und ich habe gelesen, Schizirkus ist in Zauhänse. Weltcup, ja? Weltcup von Zirkus? Ich bin Clown, ich suche einen Job. Kein Zirkus? Ich suche... Kein Zirkus, Schi-Weltcup. Ja, ja. Ja? Ich möchte in diesem Schizirkus als Clown, ja, ja. Und ich... Nein, es ist kein Zirkus, das ist der Ski-Weltcup. Ich habe gelesen in Zeitung Skizirkus. Skifahren in Zauhänse. Ja, ich fahre. Stolpern, hinfallen, lustig. Nein, Wettrennen, Skirennen. Nicht lustig, keinen Clown. Moment, ich habe Witz, ich habe Witz. Drei Russen kommen in eine Bar. Nein, zwei, zwei Russen, zwei Russen, dann sagt die Russe, Wodka. Ist gut, ist gut. Ja, ich möchte Job. Ich bringe meine Kollegen mit. Nein, brauchen wir leider nicht. Wissen Sie, wer er ist? Nein. Ja, super. Rufen Sie ihn nicht an, er ruft Sie an.